In Köln gibt's sowas nicht. Was? Köln-Schloss? Also kann ich mich nicht, also weiß ich nicht. Hat Köln ein Schloss? Hi. Hallo, wir kennen uns, ne? Ja. Schnurrblase. Pietro, wir kennen uns auch ganz gut. Was? Hier. Ja, einmal im Jahr Charity-Event. Ah. Oh. Erkennst du mich jetzt? Kennst du das? Ja. Hast du ihn geküsst, oder was? Nein. Warte mal ganz kurz. Du hattest aber eine andere Haarfarbe, kann das sein? Nein. Oh, okay. Boah, ich bin gerade... Charity, du meinst Groß-Gerau, ne? Genau. Ja, ja doch, ich kann mich schon an dich erinnern. Ich bin da ehrenamtlich am Aushelfen jeweils. Wo arbeitest du richtig jetzt im Moment? In der Wäscherei. In der Wäscherei? Was machst du da? Wäsche. Ach so, okay. Das ist eine blöde Frage, ne? Und ich weiß noch, 2016 hast du mich wegen meiner Krampfade aufgezogen. Die ist jetzt übrigens weg. Wow. Okay. Damals hast du diese Geschichten erzählt, was du mit den Männern in den Diskotheken machst, ne? Richtig? Ja. Jetzt ist es vorbei, jetzt machst du nicht mehr. Anständig geworden. Irgendwann kommt der Moment... Wie kam das? Wann kam die Einsicht? Irgendwann kommst du als Frau in das Alter, wo du dann denkst, es wäre vielleicht mal eine Zeit, eine Familie zu gründen. Okay. Ja. Also ja, wir wissen eigentlich alles, ne? Ja. Du erinnerst dich noch, was wir gesungen haben, Pietro? Wir haben gesungen. Ja, wir haben Backstage gesungen. Warte mal ganz kurz, ich muss jetzt überlegen, Alter. Du hast mitgesungen, du hast den Part von K1 gesungen. Ach so, ich hab den Part von K1 gesungen? Du hast den Part von K1 gemacht. Sag nicht, dass du Senorita singen möchtest. Komm, mach mal Senorita. Hallo, wie ist das Senorita? Was du machst? Senorita, sei meine Ariana Lima. Du machst süchtig so wie Viva. Wir treffen uns auf Molokko und Shisha. Viva, la vida loca mamacita. Ich buch uns mit der Visa. Direkt nen Flug nach Costa Rica. Du bist so sexy. Und wenn du willst, dann fang der Chatski. Ich check deine Insta-Story und like jedes Bild von dir. Von Viva! App mich für Snapchat, schick deinen Ex weg. Bist du bei mir, ho? Ich ist direkt weg. Check deine Insta-Story und like jedes Bild von dir. Treffer, Schatz. Weil du ab heute einen Goldrapper hast. Weißt du, Kendall oder Kylie? Das ist alles Krankenbabys, Nittas oder High Heels. Zeit ziehen. Du darfst bei mir einziehen. Guck, wie sie bereit liegt. Deine Pülle blind schießt. Schöne mal eine mit. Komm her. Hallo, Tendo! Señorita! Du bist nicht ein Superstar beierst. Ich bin der Daddy-Spiel in Superstar beierst. Das grusen wir in Lamborghini Hurrakaner in Schmier. Sing mit ihr bitte. Mit dem Jet durch die Nacht morgen landen wir in Costa Rica. Sing sure die Mamacitas. Señorita! Sei meine Adriana Lima, du machst süchtig so wie Viva. Wir treffen uns auf Molokko und Shisha. Viva, la vida la camamacita. Okay. Drei. Bob der Baumeister würde bei dir sagen, wir schaffen es nicht. Das ist ohne Chance. Ich glaube, dass du noch schlechter geworden bist in den letzten drei Jahren. Ja, ich habe eigentlich mehr geübt als nur ein Tanz. Nee, 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 jetzt wird nicht mehr getanzt hier. Es wird nur noch abgetanzt. Nein, ist auch okay für mich. Zava? Leider nein. Joana? Ja, ich kämpfe ein bisschen gerade mit mir selber, weil ich habe gerade noch deine Unterhose gesehen. Und ich frage mich, warum? Ja. Warum zieht man so ein kurzes Ding, wenn man weiß, dass es immer hochrutscht? Und dann hat man noch die Tasche drauf. Und da muss man immer aufpassen. Und wenn man halt nicht aufpacht, dann sieht man halt eben ein bisschen zu viel Information. Und ich kämpfe gerade mit mir. Ich verstehe das nicht, warum man sich so etwas antut. Verstehe ich einfach nicht. Pass auf, das kann jeder machen, wie er will. Aber es gibt ja so viele Sachen, die würden dich viel besser erscheinen lassen. Aber darum geht es dir nicht. Es geht um Gesang. Gesingen kannst du nicht, Pietro? Wir müssen aus dem Nein und bis nächstes Jahr beim Charity-Event. Natürlich. Viermal Nein. Danke dir. Danke, Patti. Tja, Rock zu kurz, Auftritt zu lang, da gibt es nur eins. Ab dann. Bye, 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 bye.